Was ist die vielen Leute? Die vielen Leute. Die Preise. Dass es immer Ausfälle hat. Dass es gegen den Abendverbindungen manchmal schlechter werden. Dass es so teurer ist, ist irgendwie der Komfort nicht so. Wenn ich hinschaue, dass es immer so Leute kommen, die stinken. Oder so Schweine und so Dinge, die nach dem ganzen Wagen stinkt. Die Unkünftlichkeit. Dass sie immer voller sind. Dass die Leute alle nicht so super sind und riechen. Und sie sind viel langsamer als Velo oder Auto. Dass sie meistens Verspötungen haben. Dass nicht alle Büsse in Quartiere gehen oder so. Dass man immer länger laufen muss. Meistens Tracking. Dass es so viele Todesfälle gibt. Wenn es so viele Leute hat und es stinkt. Dass sie immer Verspötungen haben. Sie lügen mich immer an, dass sie zwei Minuten Verspötungen haben.